Ein Seat Leon ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in dem blauen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 26.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2014. Die Limousine besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Bluetooth, Tempomat, Startstop-Automatik und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der äußerst sparsame Diesel eine Leistung von 105 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 3,8 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher.